Das ist eine echt schwierige Frage. Die Wurzel ist ja sozusagen der Kern einer Zahl und das reduziert also den Hessentag auf das wirklich Wesentliche. Und natürlich ist das Herz, das Zentrum des Hessentags, der Stand von Hessenschaft Wissen und deswegen ist das die Antwort auf die Frage, was ist die Wurzel aus Hessentag 2016. Die Wurzel aus Hessentag 2016